Alpha Music präsentiert Erisioni, das weltberühmte staatliche georgische akademische Volkstanz- und Gesangsensemble. Eine Europatournee anlässlich des 135-jährigen Bestehens von Erisioni. Eines der weltweit ehrgeizigsten Projekte im Ethnostil, das bereits mehr als 120 Länder weltweit erobert hat. 4. November Genf, Théâtre du Le Mans. 5. November Lausanne, Metropolsaal. 6. November Zürich, Spiergarten. Erisionis spektakuläre Show Georgiens Schätze. Eine Kombination aus mitreißenden und rhythmischen Tänzen, Orchesterspiel auf einzigartigen nationalen Musikinstrumenten, mehrstimmigem Chorgesang, leuchtenden nationalen Kostümen und spektakulär charmantem Temperament der georgischen Kultur. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Farben und die Pracht der georgischen Kultur zu erleben. Ab 34 Franken für Tickets bei ticketcorner.ch und afgmusic.ch. Kinder unter 12 Jahren erhalten 30% Rabatt. Die legendäre Rückkehr von Erisioni in die Schweiz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017